Goethe Zertifikat A2 Modellsatz Hören Dieser Prüfungsteil hat vier Teile. Sie hören Sendungen aus dem Radio, Gespräche, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und Durchsagen. Lesen Sie zuerst die Aufgaben. Hören Sie dann den Text dazu. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Schreiben Sie Ihre Lösungen zum Schluss auf den Antwortbogen. Wörterbücher und Mobiltelefone sind nicht erlaubt. Teil 1 Sie hören fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist richtig? A, B oder C? Kreuzen Sie an. A, B oder C? Beispiel. Das waren die Verkehrshinweise und der aktuelle Wetterbericht. Es ist 21 Uhr. Sie hören jetzt die Nachrichten. Das waren die Verkehrshinweise und der aktuelle Wetterbericht. Es ist 21 Uhr. Sie hören jetzt die Nachrichten. Sie hören fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Und hier das Wetter. Endlich fängt der Frühling an. Heute, am Donnerstag, war es noch etwas kälter. Aber morgen können wir uns auf Temperaturen von 15 bis 21 Grad freuen. Und so bleibt es auch am Samstag und am Sonntag sonnig und warm. Erst ab Montag kann es wieder etwas regnen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier das Wetter. Endlich fängt der Frühling an. Heute, am Donnerstag, war es noch etwas kälter. Aber morgen können wir uns auf Temperaturen von 15 bis 21 Grad freuen. Und so bleibt es auch am Samstag und am Sonntag sonnig und warm. Erst ab Montag kann es wieder etwas regnen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Radio Pop & Rock Radio Pop & Rock Heute fährt ein Auto durch Frankfurt. Auf diesem Auto ist ein großes Radio. An diesem Radio ist ein großes Schild. Ihre Aufgabe? Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was auf dem Schild steht. Und Sie können gewinnen. Und was? Fünf Karten für die Radio Pop & Rock Club Disco. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Radio Pop & Rock Ihr Musiksender Heute fährt ein Auto durch Frankfurt. Auf diesem Auto ist ein großes Radio. An diesem Radio ist ein großes Schild. Ihre Aufgabe? Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was auf dem Schild steht. Und Sie können gewinnen. Und was? Fünf Karten für die Radio Pop & Rock Club Disco. Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Wegen des guten Wetters sind alle Parkplätze vor dem Schwimmbad besetzt. Autofahrer können ihren Wagen noch hinter dem Sportplatz abstellen. Weil es auch hier nur wenige Parkmöglichkeiten gibt, empfehlen wir, mit der U-Bahn Linie 2 zum Schwimmbad zu fahren. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Wegen des guten Wetters sind alle Parkplätze vor dem Schwimmbad besetzt. Autofahrer können ihren Wagen noch hinter dem Sportplatz abstellen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. Guten Tag, Herr Lohmann. Hier Zahnarztpraxis Dr. Lämmer. Sie haben morgen am Dienstag um 14 Uhr einen Termin. Leider ist Herr Lämmer heute und morgen krank. Können Sie am Mittwoch um 10 Uhr kommen? Bitte rufen Sie uns heute bis 18 Uhr noch an. Vielen Dank. Lesen Sie jetzt. Aufgabe 5 Hallo Claudia, hier ist Pauline. Du Claudia, leider kann ich heute Abend nicht ins Kino. Meine Tochter ist krank geworden. Wir waren gerade beim Arzt und heute muss ich bei ihr bleiben. Treffen wir uns bei mir in der Wohnung? Ich habe auch viele Filme auf DVD. Die können wir hier sehen. Ist das okay? Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Claudia, hier ist Pauline. Du Claudia, leider kann ich heute Abend nicht ins Kino. Meine Tochter ist krank geworden. Wir waren gerade beim Arzt und heute muss ich bei ihr bleiben. Treffen wir uns bei mir in der Wohnung? Ich habe auch viele Filme auf DVD. Die können wir hier sehen. Ist das okay? Okay. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Wo möchten die Personen Urlaub machen? Wählen Sie für jede Person ein passendes Bild aus. A bis E. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Hallo Julia, wir wollen doch alle zusammen Urlaub machen. Wohin möchtest du gern fahren? Ich möchte nicht wieder ans Meer. Da waren wir erst letztes Jahr. Das ist einfach zu voll. Ich möchte lieber aufs Land. Ganz ruhig. An einen kleinen See. Marek möchte am liebsten wandern. Er möchte in die Berge fahren. Und Rabia? Hat sie etwas gesagt? Naja, Rabia will unbedingt eine Städtereise machen. In Berlin war sie schon. Paris gefällt ihr aber gut. Was möchtest du gern machen, Thomas? Ich möchte mir auch am liebsten eine Stadt anschauen. Ich möchte nach Berlin. Da war Rabia schon. Aber vielleicht hat sie ja doch Lust, da noch einmal hinzufahren. Wir müssen einfach noch länger diskutieren. Aber wäre geil. Ich möchte auch noch bisschen Allan. Das habe ich gern euros. Dann Remember. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Sie hören jetzt das Beispiel. Hallo, Maria. Am Samstag ist doch unser Hausfest. Ist schon etwas geplant? Weißt du etwas? Ja, Robert. Wir haben uns gestern Abend getroffen und schon viel vorbereitet. Ich habe gesagt, dass ich Getränke hole. Ich habe die nächsten Tage ein Auto. Sie hören jetzt den Text. Und wie machen wir das mit dem Essen? Susanne macht Hähnchen mit Reis. Wir haben auch an Koteletts gedacht, aber dann gedacht, dass das nicht so gut ist. Nicht alle essen Schweinefleisch. Und nicht alle essen Fleisch. Ja, aber Eva macht einen Salat. Ich könnte eine Gemüsesuppe machen. Anja macht schon eine. Und wie wäre es mit einer Pizza? Ich habe ein super Rezept. Weißt du, Robert, das wird zu viel. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Leute kommen. Außerdem hat Beata gesagt, dass sie einen Kuchen mitbringen will. Das ist toll. Dann haben wir auch einen Nachtisch. Aber es gibt ja nicht nur Essen und Trinken. Beata hat doch gesagt, dass sie ihre Gitarre mitbringen will. Das stimmt. Das wollte sie auch. Aber es geht nicht. Sie hat sich gestern an der Hand verletzt. Dann bringe ich CDs mit. Super, Robert. Ich weiß, du hast tolle Musik. Dann wollen wir nur noch hoffen, dass das Wetter am Samstag schön ist. Sie hören ein kurzes Gespräch. Kreuzen Sie das richtige Bild an. A, B oder C. Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Ich habe keinen großen Hunger. Vielleicht eine Suppe? Gerne. Unsere Tagessuppe ist heute Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Haben Sie auch Suppen ohne Fleisch? Fleisch mag ich nicht. Ja, natürlich. Sie können die Suppe auch ohne Fleisch bekommen. Gerne. Und einen Orangensaft, bitte. von der Rest. Also, ich habe einen Orangensaft. Wie toll bei mir? Testamentst. dates insereist, welche Flüssige kommen. Allesuéいき, was Dalton. Angenstrahlung. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Nun wurde inihyang. Nein, das war nicht. Das war nicht. Sie hören 5 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Verzeihung, wie komme ich zum Bahnhof? Muss ich hier nach rechts gehen? Nein, nein, nicht nach rechts. Das stimmt nicht. Gehen Sie geradeaus und an der Ecke nach links. Dann noch 100 Meter geradeaus und dann sehen Sie schon den Bahnhof. Vielen Dank. Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Hallo Gerhard. Kannst du mir helfen? Ja, was ist los? Wieder Probleme mit dem Computer? Nein, du hast mir ja geholfen. Der geht jetzt wieder. Nur macht jetzt mein Drucker Probleme. Kann ich zu dir kommen und bei dir etwas drucken? Natürlich. Nur im Moment ist es schlecht. Ich muss gleich weg. Ich rufe dich über mein Handy an, wenn ich wieder zu Hause bin. Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, der Pullover hier gefällt mir, aber nicht in grün. Haben Sie diesen Pullover auch in rot? Nein, leider nicht. Aber wir haben Jacken bekommen. Für nur 55 Euro. Sie sind im Angebot. Und dann haben wir auch noch Hosen zu günstigen Preisen. Na ja, eine Jacke habe ich bei Ihnen schon letzte Woche gekauft. Und Hosen habe ich genug. Schade, dass Sie den Pullover nicht in rot haben. Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Guten Tag, Herr Meier. Ich habe einen Termin um 15 Uhr. Guten Tag, Herr Meier. Vier Patienten sind noch vor Ihnen. Muss ich lange warten? Nein, vielleicht eine halbe Stunde. Nehmen Sie bitte im Wartezimmer Platz. Der Doktor ruft Sie dann. Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Herr Schneider, wie kommen Sie zur Arbeit? Früher habe ich immer das Auto genommen, aber man findet ja keine Parkplätze mehr. Deshalb nehme ich jetzt immer das Fahrrad. Der Weg zur Arbeit ist ja nicht weit. Natürlich wäre die U-Bahn bequemer, aber das ist mir zu teuer. Und etwas Sport zu machen ist ja auch nicht schlecht. Und das kann man... Es ist mir zu Artist bei Ihnen. Ich bin jetzt bezימiger. Was ja nicht. Ich habe die 메이크업难ité. Sie hören ein Interview. Was ist richtig? Sie müssen jedes Mal Ja oder Nein ankreuzen. Sie hören das Interview zweimal. Hallo, Gülei. Erzähl doch mal von deinem Leben. Ja, gern. Ich bin hier in München geboren. Mein Vater und meine Mutter sind schon vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen. Und lebst du gern in München? Ja, ich finde die Stadt super. Man kann so vieles machen. Es gibt viel Leben und auch viel Natur. Hallo, Gülei. Erzähl doch mal von deinem Leben. Ja, gern. Ich bin hier in München geboren. Mein Vater und meine Mutter sind schon vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen. Und lebst du gern in München? Ja, ich finde die Stadt super. Man kann so vieles machen. Es gibt viel Leben und auch viel Natur. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Sie hören jetzt das Beispiel. Guten Tag Mohammed. In unserer Radiosendung Wie kann ich Arbeit finden, wollten Sie uns auch etwas erzählen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag Mohammed. In unserer Radiosendung Wie kann ich Arbeit finden, wollten Sie uns auch etwas erzählen. Sie hören jetzt den Text. Nun, ich war ja arbeitslos. Im Internet gibt es viele Jobbörsen, aber da hatte ich kein Glück. Und wo haben Sie noch gesucht? Naja, ich bin durch die Straßen gelaufen und habe dann in einem Supermarkt eine Anzeige an der Wand gesehen. Pizzafahrer gesucht. Und haben Sie sich gleich beworben? Nein, zuerst habe ich gedacht, ich bekomme die Stelle nicht, weil ich ja keinen Führerschein habe und habe zwei Wochen gewartet. Dann aber hat meine Freundin gesagt, du hast doch ein schnelles Fahrrad. Geh doch mal in die Pizzeria und sprich dort mit dem Chef. Vielleicht brauchst du ja für den Job kein Auto. Und haben Sie das gemacht? Ja, ich bin da vorbeigegangen und habe mit dem Chef geredet. Der Chef war sehr freundlich. Und als ich ihm erzählt habe, dass ich die Stadt sehr gut kenne und superschnell Fahrrad fahren kann, hat er mir den Job gegeben. Auch ohne Auto. Und wie ist die Arbeit? Ich arbeite immer von 16 bis 22 Uhr. Ich bin in der Pizzeria und warte, dass Kunden anrufen. Und wenn es nichts zu tun gibt, helfe ich in der Küche. Sie sind also zufrieden? Ja. Ich bin froh, dass ich jetzt seit einem halben Jahr einen Job habe. Bald fange ich mit meiner Ausbildung an. Dann kann ich sicher auch noch bei der Pizzeria weiterarbeiten. Mit weniger Stunden. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Nun, ich war ja arbeitslos. Im Internet gibt es viele Jobbörsen, aber da hatte ich kein Glück. Und wo haben Sie noch gesucht? Naja, ich bin durch die Straßen gelaufen und habe dann in einem Supermarkt eine Anzeige an der Wand gesehen. Pizzafahrer gesucht. Und haben Sie sich gleich beworben? Nein. Zuerst habe ich gedacht, ich bekomme die Stelle nicht, weil ich ja keinen Führerschein habe und habe zwei Wochen gewartet. Dann aber hat meine Freundin gesagt, du hast doch ein schnelles Fahrrad. Geh doch mal in die Pizzeria und sprich dort mit dem Chef. Vielleicht brauchst du ja für den Job kein Auto. Und haben Sie das gemacht? Ja, ich bin da vorbeigegangen und habe mit dem Chef geredet. Der Chef war sehr freundlich. Und als ich ihm erzählt habe, dass ich die Stadt sehr gut kenne und superschnell Fahrrad fahren kann, hat er mir den Job gegeben. Auch ohne Auto. Und wie ist die Arbeit? Ich arbeite immer von 16 bis 22 Uhr. Ich bin in der Pizzeria und warte, dass Kunden anrufen. Und wenn es nichts zu tun gibt, helfe ich in der Küche. Sie sind also zufrieden? Ja. Ich bin froh, dass ich jetzt seit einem halben Jahr einen Job habe. Bald fange ich mit meiner Ausbildung an. Dann kann ich sicher auch noch bei der Pizzeria weiterarbeiten. Mit weniger Stunden. Dann weiß ich, dass du mit meiner Mutter hattest. Doch es ist auch in der galten und rechtlich. Untertitelung des ZDF, 2020